Mein Chef, der guckt immer so kritisch. Also habe ich gedacht, dem kann man es nicht recht machen und... Die Probezeit kann ich vergessen. Bin ich hier wohl fehl am Platz? Und dann ruft er mich in sein Büro und sagt, Frau Weber, gute Entwicklung, Sie passen zu uns. Ja, das haben wir doch zusammen ganz gut hinbekommen, oder? Und so schaffen wir das auch in Zukunft. Wow. Gemeinsam Kraft sammeln und dann zusammen durchstarten auf dem ökumenischen Kongress Kirche hoch 2 in Hannover. Okay, wir schaffen das schon.